Hallo zusammen, ich bin Lara und bin im dritten Lehrjahr. Ich mache das KV bei Sanitas Trösch. Und ich bin Jenny und bin im zweiten Lehrjahr. Wir zeigen euch heute mehr von unserem Bruchsalvtag. Hier sehen wir Jenny im Offertbüro. Im Offertbüro werden Offerten für unsere Kunden erstellt, die Interessen an einem Bad oder einer Küche von uns haben. Wir sehen hier an einer Beratung mit einem Kunden. In unserer Ausstellung haben wir sehr viele Produkte ausgestellt, damit wir dem Kunden zeigen können, wie sie das zukünftige Badzimmer aussehen können. Die Baukette Schweiz führt unsere überbetrieblichen Kürze durch. Dort lernt man es praktisch in der Theorie. Ich persönlich finde es cool, dass man lernt, in welcher Reihenfolge ein Haus entsteht. Eine andere Tätigkeit von uns ist Sanitär im Shop bedienen. Sanitär kommen zu unserem Shop, wenn sie Kleinteile oder Ersatzteile brauchen. Das war ein kleiner Ausschnitt für unseren Berufsalltag. Falls es euch gefallen hat, bewerben wir euch doch bei Sanitas Trösch.